Ich bin Anni Mappo. Ich bin Podologin und ich habe meine Praxis im Bibliothek. Wir sind schon ganz lange bei Simon Kelber. Mein Grossvater hat mit Fusspflege angefangen. Mein Vater hat mich auch mit Fusspflege und Schuhladen gemacht. Ich bin die dritte Generation und arbeite seit 2000 bei der Praxis. Es ist ein ganz grosses Vertrauen in die Firma Simon Kelber. Und was ich auch sehr schätze, sind die tollen Aussenbienste Mitarbeiter, die super Beratung machen. Mein Lieblingsprodukt ist der Behandlungsstuhl und das ist das Herzstück der Praxis. Bis zum nächsten Mal.